Was beschreibt das neue Generation des Intel Classmate PC? Das ist also die NetWertable Variante, 10.1-Inch-Display, 1024x600 ist die Auflösung, Windows 7 Professional, Touchscreen, aber nur Single-Touchscreen, wie ihr sehen könnt. Großes Schickhead-Keyboard, das sieht ganz gut aus, breites Trackpad, separierte Maus-Buttons, Intel Atom N450 würde ich sagen, aber mit 1,6 GHz läuft er. Das Ding ist schwer ohne Ende. Das könnte wahrscheinlich auch dreimal gegen die Wand werfen und es immer noch nutzen. Wir schauen mal drumherum hier. Anschluss für das Netzteil, Ethernet-Connector, USB 2.0, eine ganze Menge Anschlüsse für Hetzel und Mikrofone. Die haben einen 4-in-One-Card-Reader, USB 2.0, HDMI-Ausgang, VGA-Ausgang, großen 6-Zell-Akku hinten, deswegen ist das Artikel wohl auch so schwer. Ja, und das ist es im Grunde genommen. Zwei Gigabyte RAM, lustigerweise. Ich kann euch nicht sagen, wie teuer die Kiste ist, aber so sieht der ganze Spaß aus. Update Accelerometer ist auch drin, dauert ein bisschen länger. Das ist der Intel CMPG 2P. Ich bin Sascha von NetworkMix.de, hier auf der Computex 2011. Danke fürs Zusehen. Ich bin Sascha von NetworkMix.de.